Diese scheiß unsterblichen Maffa. Mein Flammbär vermisst es doch gehen. Ich meine, das hat doch ungefähr so funktioniert. Im Ersten, ja. Im Zweiten, oder? Ne. Doch, im Ersten. Im Ersten, ja. Im Zweiten bin ich nur vor dem Abgehauen. Ich habe die Crochet gefunden und sie ist, naja, ein Haufen Schrott. Die Kabine bekomme ich keinesfalls druckfest. Dann müssen wir die Kiste remote zurück zur Reparaturbucht der Roanoke fliegen. Okay. Ich versuche mal ein Remote-Relais zu bauen, das ich dann an der Hülle befestige. Genau, Isaac. Okay. Also ich weiß, wie es geht. Ähm. Ja? Warum können wir hier runter und da rüber? Weil wir verschiedene Sachen, glaube ich, machen müssen, für dieses Relais zu bauen. Toll. Geil. Alles erkunden. Kein Mess. Was ist das hier eigentlich? Was ist das denn? Ein Raumschiff. Ein Rumschiff? Ja, und das wollen wir reparieren, um dann zur Oberfläche des Planeten fliegen zu können. Wollen wir das wirklich? Ich bin mir da nicht so sicher. Ähm, wenn nicht, ist das jetzt einfach der Final-Part. Also, Leute. Schnauze. Ich liebe die Viecher, die machen immer so einen Hey, ich bin da Sound. Wo sind die? Ich sehe die nicht. Keine Ahnung. Der macht einen tollen Sound, aber man sieht ihn nicht. Das ist natürlich dann wieder uncool. Äh! Äh! Das ist ja immer ne. Schieß! Schieß! Mist, Vieh. Nicht auf mich schießen, bloß nicht schießen. Naja. Soll ich? Ähm, wir... Äh, macht das weg. Hahaha. Ich... ich geh jetzt weg. Ich kletter jetzt einfach hier hoch und dann... Oh, oh. Äh, wo ist das denn? Weg. Da schreie ich jetzt auch so. Da, 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 da. Schieß drauf, schieß drauf. Okay, also, ich komm zu dir. Und du hast verfehlt. Ja, ich kann die dann nicht direkt kaputt machen. Passt alles. Okay, irgendwas... Oh, da ist ja schon wieder so ein Bumbumsack, ey. Okay, ähm, das war... Nicht schießen! Das Vieh hat gerade gut getimed geschrien, ne? Ja. Okay, ähm, da kommt noch so ein Ding. Wo? Hier bei mir. Ich hab den Überblick leicht verloren, als ich mit diesen mutierten Dingern rumgespielt hab. Ich muss sagen, ich hab auch keine Ahnung, wo ich hin muss. Ach, hier wahrscheinlich dann... Ne, da ist ja zu. Äh, der Aufzug, den haben wir doch berufen, oder? Moment, wir... Wir müssen da rüber. Wo sind wir? Ach, wir sind noch eins zu tief. Na, wir müssen erstmal wieder hoch und dann... Ja, wir müssen noch eins höher, genau. Ah, ha! Oh, warst du zu spät? Oh. Das ist um so ein Ding und killt mich. Na, das würde dir jetzt auch recht geschehen. Ne, sieht gut aus. Na, da kommen wir schon gleich noch welche. Ja, bei mir. Oh, verdammt, du hast recht. Boah, warum so viele? Das kommt runter zu dir scheinbar. Also, ich komm hoch. Okay, dann kommst du wahrscheinlich gleich wieder. Hier unten war aber auch noch eins. Hat seinen Eitersack verloren und das lebt aber noch, glaube ich. Hm. Was kann das hier eigentlich machen ohne sein Säckchen hier? Wahrscheinlich angreifen. Meinst du? Bestimmt. Irgendwas können die Viecher immer machen. Hm. So, ähm. Ciao. Mal gucken. Wir werden nicht erwartet. Noch nicht. Frech halt, ey. Wir sind hier Berühmtheiten. Ja, wahr? Ah! Ähm. Hallo? Ach, guck mal, hier ist eine Werkbank. Ah, da unten ist was. Komm schon, triff. Interessing. Ah. Naja, so geht's auch. Haben doch ein ganzes Magazin umsonst hinballern. Ja, das ist immer gut. Stasehilfe. Aha. 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 Dann hält die Klau-Stinger oder sowas. Weg mit dir, du Kackfi. Oh, hier gibt's wieder Good Money und so. Da gibt's den guten Shit. So, können wir hier an der Bank jetzt basteln, wie wir Bock haben? Oder? Keine Ahnung. Äh, vielleicht dann doch nicht. Bist du an der Bank? Nö, nö. Okay, wir brauchen noch den Remote Funk-Controller und das Ortungsmodul. Wir haben irgendwie gar nichts davon. Richtig. Oh, medizinische Hilfe. Was ist denn das? Hm. Halt das dann mehr, oder wie? Hm. Hm. Ich seh nix. Sehr geil. Eine Torque-Stange kannst du bauen, wenn du schon mal dabei bist. Gut, dass du mich dran erinnerst. Hm, jetzt hätt ich das nämlich gemacht, aber du bist ja eh schon am Bauen, oder? Ja, na, passt schon. Das ist nicht so dramatisch. Ich muss sagen, ich seh die ganzen Viecher nicht. Irgendwo ist Action. Da ist, äh, ja, 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 ja. Alles cool. Huah. Alter, der Sack ist weg. Den hast du. Ich wollte den auch haben, verdammt. Wenn der jetzt explodiert. Na dann. Oh, da liegt noch was. Nein, da liegt noch was. Was ist das? Komm her. Ein Starse-Pack. Okay. Starse-Pack. Da hab ich noch davon. Eins reicht. Aha. Was? Zwei von drei Teilen für ferngesteuert. Ach, für Fernsteuerung gefunden. Für ferngesteuert gefunden. Du hast zwei von drei ferngesteuert gefunden, oder wie? Ja. Oh Mann, wo kribbelt das Vieh rum? Ich hör's die ganze Zeit, aber, ah. Bestimmt. Über uns. Ich geh mal nachschauen. Müssen wir hier überhaupt wieder hoch? Ja, wir müssen wieder hoch. Ich leite da die Kletter hoch. Okay, ich fahr mit dem Fahrstuhl. Und das war's hoch. Da hab ich alle Teile für ferngesteuert gefunden. Ja, saucool. Setzen Sie sie an der Bank zusammen. Wo ist die Bank? Da, wo der Isaac ist. Wo ist der Isaac? Gute Frage. Ähm, ich werd hier angerufen. Ich bin am Basteln. Ich muss die Fahrstuhl rufen. Hab ich's jetzt gebastelt? Das kann ich nie sagen. Ist das unter Plänen, oder war das jetzt automatisch gebastelt worden? Nee, da stand man, muss das dann zusammenbauen. Ist der Fahrstuhl eigentlich mittlerweile? Ja, er ist da. Schön. Es scheint gebaut worden zu sein. Wo, ach, der Isaac ist da oben. Der Jitzak. Ja, wurde gebaut. Okay. Da komm ich mal hoch. Jetzt, jetzt, jetzt müssen wir an das Raumschiff dran, okay? Also wir bappen eine Antenne auf das Raumschiff und dann können wir das wie so ein kleines Kind ... Geil. Joystick steuern. Das find ich auch cool. Halt die Fresse. Halt die mit dir noch, äh. So. Ich muss mal die auswählen. Dann muss ich mich hier mit meinem Magnum benutzen. Kann man denn hier, ja, mit Dingens drehen, mit, 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 mit ... Mit Dingens drehen kennt der Isaac sich aus. Ich kann alles Dingens. Als, als Techniker. So, und jetzt, äh, ach, bappt das einfach dran, Isaac. Ja, dann läuft schon. Okay, das hat funktioniert. Ich kann die Shuttle-Anzeigen sehen. Moment, ich versuche es zu starten. Willst du mich verarschen? Wir würden hier gerne noch weg vorher. Ja, oder rein, wahlweise, aber hier so vorstehen ist irgendwie ... Nicht gut, es hat keinen Treibstoff mehr. Moment. Auf der oberen Etage sollte eine Tankstation sein. Ich sende Ihnen die Koordinaten. Haben wir da die richtige Seite gewählt? Okay, ich ziehe los und betanke das Shuttle. Danach können wir einen Neustart probieren. Nö. Ah, hier kann man so richtig ... Also, einfach in der Mitte stehen bleiben und dann hat man einen sicheren Punkt. Ja. Außer die kommen von oben, runtergesprungen. Stimmt, das können ja auch manche. Nö. So, Tankstation ist hier ... Wo, wo, wo ist denn die Tankstation hier? Hinunter. Willst du noch irgendwas an der Bank erledigen? Ähm, nö. Du? Nö. Dann ist gut. So, drei Torkstangen habe ich jetzt dabei. Na, das sollte erst mal reichen. Na dann. Uh, Muni. Ich bin froh, wenn ich Muni da liegen sehe. Was habe ich denn jetzt? Die Internet-Tür? Glückgefühl, ne? Ja, ich habe einen Stachel. Du hast einen Stachel? Ja. Hoch mit dir Stachel. Lass den Stachel mal wahr, wo er ist. Mein Freund, der kleine Stachel. Das hast du jetzt natürlich wieder komplett falsch interpretiert, war ja klar. Ich habe gar nichts, äh ... Ja. Nee. Niemals. Hier kommt der Zombie hier. Ich habe ja die Wings hier geweckt. Uh, das sind wieder die leicht stärkeren Varianten. Ich habe ja den Schussmodus jetzt hier gewechselt. Uh, da oben haben wir auch noch einen. Na dann. Wo kommen wir denn hier hin? Hör auf, über dein Bein drüber zu krabbeln. Ich glaube, es hackt. Ah, die ... Der Revolver ist ein bisschen sehr langsam im Schießen, muss ich sagen. Also bei mir geht's. Ich bin ... Ich habe das Magazin ganz schnell verschwendet. Oh, da ist ja noch mal rückwärtsgehe. Ja. So. Ich glaube, du hast ein Gewehr, kann das sein? Nee, nee. Das müsste eigentlich ... Das ist eigentlich ein Revolver, müsste eigentlich. Na dann. Sollte, müsste. Ah, der Fahrstuhl will nicht, ha? Na. Ich weiß nicht, ob der nicht will, keine Ahnung, aber ... Ich dachte mir, komm, ich geh mal hier lang. Ist zumindest orange markiert. Dann wird er nicht gehen. Da müssen wir bestimmt hier runterklettern. Aber wir müssen trotzdem dahinten hin. Seltsam. Naja. Ich geh einfach runter. Das wird schon richtig sein. Ja, ja, klar. Leiter ist zu dick. Die Leiter ist zu dick? Scheiße, Partner ist zu dick. Upgrade-Platine. Ach, ich glaube, ich habe die Nacht nicht lang genug geschlafen. Äh. Ich folge einfach hier unserem Freund, der in die ganz andere Richtung geht, der uns angezeigt wird. Oh. Oh. Warte. Hier waren wir schon mal, ne? Ja. Aber wir gehen einfach nochmal zurück. Ist ja kein Problem. Da haben wir Zeit. So, während der dicke Partner die Leiter hochklettert, positioniere ich mich mal neu auf meinem Kuhn. Wenn der dicke Partner die Leiter hochklettert. Schreibtischstuhl hier. Ah. So. Ist orange. Du guckst ja auch von außen drauf. Meine Güte. Also als Techniker bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht von dir. Du bist kein Techniker. Du bist ein Milit. Ja, du bist aber ein Techniker. Hier ist doch blau. Da kannst du doch. Da habe ich auch gar nicht hingeguckt. Isaac, wirklich. Keep here, weißt du? Ich darf wieder machen. Hey, ich habe zwei Marker zerstört. Bin zweimal in so einer Mikroseuche gelandet und habe die fast allein überlebt. Ach, am Arsch. Da darf ich dir doch jetzt auch was überlassen. Guck mal mein Gesicht an, ja? Wenn ich jetzt schon mal ein Partner... Ja, das sieht aus wie ein Arsch. Ich weiß. Ja, eben. Wenn ich jetzt schon mal einen Partner habe, dann kann der auch noch was übernehmen. Ich will mit dir nicht mehr zusammenspielen. Puh. Dann geh zu Necromorphs. Ich wechsle die Seiten. Überall Kisten. Also noch mehr Kisten. Boah, das ist geil. Ich liebe Kisten. Was ist denn jetzt? So, wir müssen jetzt hier ran und dann müssen wir betanken. Yeah. Ich halte. Ich lasse los. Ich schnippe. Warte auf Partner. Okay. Ach, jetzt müssen wir den Rüssel da reinstecken. Von steher. Drücke was? Drücke Details. Ich brauche keine Details. Ach so, wir müssen da hin. Ich brauche jetzt nicht die Geschichte von den Bienchen und Blümchen lesen. Nicht? Nee, nee, nee. Einfach packen und rein damit. Zack. Einfach. Rimmel mal ne Teil. Das freut die hier aber nicht so. Ach, du bist schuld. Okay. Scheiße. Das hab ich da mal... Nein, ich kann. Komm schon. Da macht man ein Scheißes, es fiel dann an mir vorbei und dann kommt es doch wieder zurück. Das sah gut aus. Ja, das war... Das war schön. Macht die Gaswasche, Bum? Nein, natürlich nicht. Jetzt stirb doch mal, du Kack-Ding. Der despawnt direkt. Ja, war es recht voll. Na dann. War ja jetzt nicht gerade schwer, das hier zu verteidigen. Ist eine Aral-Tankstelle. Das geht schnell. So, alles drin und dann wieder raus. Das mit dem rausziehen ist anscheinend immer ein Problem. Will nicht mehr. Steckt fest. Hast du es kaputt gemacht. Oh, Moment. Hier ist noch ein bisschen Gel. Oh, oh. Oh, oh. Ich schieße ihm schon in den Arsch. Wo kommt Ellen her? Er ist an mir vorbeigerannt. Äh... Oh, Ellie. What the hell? Ist der bei dir gerade auch ohne Beine aufgestanden? Bei mir ist... Ich habe nur gesehen, wie der Torso da rumschwebt, wenn da die Munition rausgeploppt ist. Ja, bei mir ist der nochmal aufgestanden ohne Beine. Schön. Oh Mann. So, dann denke ich mal hier wieder, ne? Halten, damit wir dann rausziehen können. Ach so, das ist wahrscheinlich, wenn du alleine bist, ne? Okay, der Tank ist voll. Ja. Versuch's nochmal. Schon besser. Okay. Ich versuche, den Shuttle-Antrieb testweise zu zünden. Geh in Deckung. Es könnte heiß werden. Wasser auf mich. Frauen und Technik. Die uralte Technik, die taucht rein. Oh Gott. Äh, Isaac, ich habe, glaube ich, gerade die Startsequenz initiiert und weiß nicht, wie ich sie wieder stoppe. Super. Geht's jetzt. Aber ich kenne mich nicht aus mit Technik, ne? Kava ist doch schon halt geröstet. Da kann ich mal viel Schieb nehmen. Na dann, geh du vor, ich stelle mich hinter dich. Äh, was sagt der Weg? Rechtsrum, okay. Das ist voll dumm. Die müssen da drin verbrennen. Machen sie auch, aber sie überleben es halt. Müssen wir da durchbrennen, wenn es passt? Ich weiß nicht, was ich... Wahrscheinlich. Komm, geh aus. Geh aus. Geh aus. Das ist aus. Oh, komm, 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 komm. Da ist aber noch eins an. Oh, das war knapp. So. Fast schnell gerannt. Oh, hier oben ist auch noch ein Feuerstrahl. Und da ist ein Unsterblicher. Egal, egal. Nee, ich bleib mal lieber stehen, ich hab jetzt Angst gehabt. Ich hab mich elegant vorbeigerollt. Ach, ich schieß dir wieder in den Arsch. Komm, hier. Plasma-Cutter in den Poppes. Oh, Mann, ey. Eigentlich, dass wir uns hier gegenseitig stören und dann war's doch, ne? Äh, er kommt wieder zurück, er kommt wieder zurück, er kommt wieder zurück. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Ich bin weg von der Leiter. Okay, ich komme runter. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. Na dann. Noch nicht das System checken. Hier ist auch noch Feuer heiß. Aua, aua, aua. Fuck. Äh, ich seh nix, ich seh gar nix. Einfach laufen. Das wird schon klappen. Wo müssen wir eigentlich gehen? Okay, hier. Nach oben. Keine Ahnung. Nach oben, nach oben, nach oben, nach oben. Durch das Feuer? Nein, nein, Fahrstuhl. Ich muss noch viel regenerieren, die ich fach. Geh weg. Da ist ein Fahrstuhl. Da ist ein Fahrstuhl. Okay. No, man. Und hier jetzt noch trollen. Oh ja, dann hast du Spaß. Aber dann trollst du dich auch selber, ne? Was? Dann trollst du dich auch selber, wenn der Partner stirbt. Klar. Äh, okay, da hinten irgendwo hin. Ja, da ist. Wow, heiß. Fuck. Lass mich raus. Nein, da kann ich dich dann nicht durchschießen. Das ist schade. Wow, das ist wie hinter uns. Okay. Was? Warum? Ist du tot? Nein, aber da... Ah, Mann. Das ist immer noch das Ohr. Ulti-Fief. Ja, da kann ich auch nichts machen. Wo bist du eigentlich? Ich habe den Fahrstuhl geholt. Ich bin hinter dem Feuer. Dann halte ich das Ding mal eben in den Schad. Und da ist noch eins hinter mir. Achso, super. Du bist tot. Ja, da waren auf einmal zwei von den Unsterblichen. Ich bin da nicht durch das Feuer gekommen. Ach, nee. Wow. Zurück zum Kontrollpunkt. Och ja, hier bei der Einfuhr. Okay. Kein Thema, wir schaffen, Art. Easy going. Wir wissen ja, wie es funktioniert. Ja, nicht ins Feuer, aber... Einfach durchs rennen. Außer wenn es brennt. Ist hier aus? Hier ist sogar aus. Ja, 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 ja. Uah. Arsch. Er wird auch viersten Strade. Ich bin am Ducken. Nein, ich renne ins Feuer. Wie kann ich mich wieder entducken? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie man duckt. Okay, da ist er wieder. Wo ist meine Stase? Meine Stase funktioniert nicht mehr. Jetzt. Oh nein, verdammt. Verdammt. Einfach ganz viele Medipacks nehmen, dann läuft das schon. Geh schon mal runter, geh schon mal runter. Ja, ja, ja. Boah, Mann. Der Protokoll wird eingeleitet. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Hast freie Bahn, glaube ich. Bitte die Startkammer vollständig räumen. Beginne mit Systemcheck. On my way. So, dann haben wir hier wieder Feuerheiß. Ich rufe direkt den Fahrstuhl, ne? Aber wo kam denn das vierte? Da liegt noch Mund. Da ist das. Ja. Fahrstuhl ist da. Na, da innen. So, da oben kommen jetzt auch nochmal zwei oder so. Also da am besten auch gleich diesen Lift holen, wenn man durchs Feuer gerannt ist. Ja, das ist auch mal durchs Feuer kommen. Ach fuck, willst du mich verarschen? Ich bin noch vorher stehen geblieben, ey. So, hinter uns müsste jetzt so ein Ulti-Vieh sein. Ja, 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 ja. Ich hab Schase. Verdammt, ich bin geflamed. Aber fasst du ich? Dann drücken wir schon mal C, äh, Q für heilen. Ja, 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 klar. Ich hab den Fahrstuhl noch gerufen. Fuck, ich hab keine Mühe, die krieg's mehr da jetzt. Das ist blöd. Fahrstuhl ist da. Kommt ihr an dem Vieh vorbei? Ja. Drück du, drück du. Okay. Oh, ich hab auf die andere Waffe gewechselt. Shit. Äh, ich hab gedrückt. Warum fährt das nicht los? Fahr los. Du musst noch einen Platz auswählen. Wie Platz? Äh, wo wir hinfahren. Ach so, äh, wo müssen wir hin? Wo müssen wir überhaupt hin? Ja. Rüber einfach, ne? Ja, einfach mal irgendwas aus. Was? Ich hab gesagt. Das Schleusentor klemmt. Wenn das Shuttle startet, bevor es sich öffnet. Verdammt! Du bist hier richtig? Okay, ich seh mir den Antrieb an. Ja, aber ich hab keine Muni mehr. Das ist blöd. Das ist richtig blöd, ja. Ähm, hier ist der Fahrstuhl. Wo müssen wir hin? Nach unten. Da, nach unten. Na, na. Ich dachte, du warst drauf. Scheiße. Fuck. Läuft's denn? Du kommst jetzt runtergelaufen. Ich bin ungehauen worden von zwei. Okay, ich komm hoch. Ich komm hoch. Komm hoch. Lol, du hast die von unten getroffen, ist klar. Die kommen wieder. Wieso triffst du die von unten? Wieso bin ich in Stase? Ich hab keine Ahnung, weil ich die Stase einfach hochgeballert hab. So. Jetzt komm. Okay, das ist so ein Thema Trollen. Ah, du bist echt cool. Das war aber kein Absicht. Ich dachte, du bist hier schon auf der Plattform. Naja, na. Panik macht sich breit. Okay. Ich mach mich hier ganz elegant stehen. Hinter uns ist alles cool. Ah, ey. Sonst raus? Keine Ahnung. Okay, ich hab keine Ahnung, wie das hier jetzt funktioniert. Ähm. Oh, hinter uns brennt's. Na dann. Können wir da durchrennen? Irgendwann ist das auf? Ja, irgendwann, ja. Okay, jetzt. Zum Beispiel. Okay. Na dann. Flugsysteme bereit. Systemcheck abgeschlossen. Super. Gut, dass man zwei Personen im Fahrstuhl braucht. Ja. Echt? Ja, ich hätte sonst aus Versehen aktiviert. Boah, Mann. Da kannst du das Spiel noch so oft gespielt haben. Ich glaub, die Szenen sind dann immer noch recht intensiv. Ja.